Hallo und herzlich willkommen zu den Easter Eggs auf Monkey Island 3. Und diese folgen größtenteils mit dem Bauchrednerbuch. Nicht alle, aber größtenteils. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Muuu, ich bin Moosferatu, die dämonische Alpenkuh. Oh, Moosferatu, ich bin Murray. Befreie mich und ich werde immer dein treuer, unwürdiger Diener sein. Hat dich. Du. Ober, was macht dieser Fußknorpel in meiner Suppe? Was war das? Ich bin es, der Geist von El Pueur Diablo. Zurück! Zurück, du Geflügel-Dämon! Kleiner Scherz. Sie kleiner Schlingel! Ich bin der... Oh, Bauchredner, was? Gib es auf, Schätzchen. Dieses Stimmenzeug war schon passé, bevor Dreck die Armada besiegt hatte. Äh, Test, Test, äh, Test. Eins, zwei, äh, drei. Oh, oh. Ich höre schon wieder diese Stimmen. Äh, Kapitän Le Chimp, äh, ich bin der eigentliche Kopf hinter dieser Mannschaft. Oh, warum habe ich denn das gesagt? Es tut mir schrecklich leid, Kapitän. Ja, ich werde keine weitere Kritik ihrerseits hinnehmen, Kapitän. Äh, wo kam das denn her? Ja, dieses ganze Schiff, es riecht wie ein Zoo. Warum sag ich dauernd diese Dinge? Sie, Sie fragen sich, ob Sie sich mal den Rücken rasieren sollten? Das ist wirklich eklig. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, Sir. Sowas denke ich nicht mal. Ähm, äh, mit der Erlaubnis frei zu sprechen, Sir. Sie sind ein großer, blöder Affe. Vielleicht brauche ich etwas Ruhe, Sir. Ich wollte nicht respektlos sein. Das ist spaßig, scheint aber keinerlei Unterschied zu machen. Diesmal ein anderes Easter Egg. Ich will wirklich nicht ins Wasser gehen. Ja, das war eine schöne kleine Anspielung, Guybrush. Hey, da ist ein Loch in der Decke der Gruft. Ich glaube, ich könnte mich da durchquetschen. Wow, es ist ein Tunnel, der in einen tiefen, dunklen Wald mündet. Es sieht irgendwie vertraut aus. Als ob ich es schon einmal im Traum gesehen hätte. Oder vielleicht ist es... Ich weiß nicht. Große, springende Affen. Eine furchterregende Horde fantastisch gerenderter, tollwütiger Jaguare. Sie kommen genau auf mich zu. Ach, wie gut, dass ich nicht durch das Loch gepasst habe. Ich wäre erledigt gewesen. Das Loch ist zu klein für mich, um mich durchzuquetschen. Ach, hier gibt es sowieso nichts Interessantes. Ich sollte lieber einen anderen Weg herausfinden.